Hey ho, hier ist Ronja und willkommen zu einer weiteren Folge Roblox am Roblox-Dienstag. Denn Dienstags kommt immer Roblox. Ah, ich weiß, ich weiß. Ich halte das tatsächlich, glaube ich, als einziges ein von dem Stuff, den ich so ankündige. So, ja okay, ich mache jetzt Tabnautica, Montag, Dienstag, Freitag. Dann mache ich das eine Woche lang und merke dann so, hm, ich weiß nicht. Naja, Roblox kommt Dienstags, okay? Roblox bleibt Dienstags. Freut euch. Heute spielen wir mal Adopt Me. Wir schlüpfen in die Rolle einer jungen Mutter und adoptieren uns ein kleines Baby. Übrigens, falls ihr euch fragt, was trägst du denn da für ein schickes Shirt, hm? Kann man das überhaupt sehen? Ja. Das ist das Einhorn-Design auf einem weißen Shirt, was mir leider zu groß ist. Das ist eine S, okay? Ja, also falls ihr das kauft, nur das, legit nur das, und ihr seid ungefähr so groß und breit wie ich, dann kauft vielleicht ein XS, wenn ihr wollt, dass es am Körper anliegt. Pro-Tipp. Okay, naja, lasst uns anfangen. Wählen Sie in der Rolle. Wir sind ein Elternteil. Wir sind eine junge Mom. Willkommen in Adopt Me. Lass uns den Tag gut und schwungvoll anfangen. Natürlich, indem man sich modisch kleidet. Selbstverständlich, so fangen meine Tage auch immer an. Äh, ich putze mich heraus. Äh, ich möchte die Kleidung für Mädchen sehen. Es gibt tausende Outfits. Äh, können Sie etwas Modisches finden, um es zu tragen? Selbstverständlich kann ich das. Ich bitte euch. Ähm, und zwar... Wir nehmen das. Ah, ah, sorry. Äh, nein, wir sind... Ne, die wirken mir ein bisschen zu glücklich. Was ist mit der? Das kostet Geld. Äh, nein, das wollen wir nicht. Was ist mit dem? Okay, wir haben die Wahl zwischen den drei. Die würde ich ausschließen. Die ist mir ein bisschen zu... Wir wollen es mal nicht übertreiben. Ja, du kannst ja gut gelaunt sein, aber das ist vielleicht ein bisschen too much. Jetzt ist die Frage, gefällt mir das besser oder gefällt mir das besser? Ich glaube, das erste, das hier. Okay, machen wir weiter. Das kostet Geld. Flügel brauche ich nicht, das kostet Geld. Das brauche ich nicht. Ich mag mein Outfit. Ich bin... Ich habe das Gefühl, ich bin modisch gekleidet. Aber kann man wohl nichts machen. Ähm. Was ist denn damit? Mit ein paar zerrissene Jeans. Huh? I know. Not bad. Vielleicht ein Hoodie? Es ist ja nicht so warm draußen. Ich finde den Hoodie nicht schlecht. Der Hoodie gefällt mir gut. Ich sehe aus wie eine junge Mom, oder? Ich meine... Ich als junge Mom. Oh, warte. Ich glaube, das ist noch besser. Das gefällt mir sehr gut. Ähm. Lass uns mal... Oh Gott. Ähm. Was können wir denn nehmen? Das Entchen auf den Hut setzen? Ich sage, wir setzen uns ein kleines Krönchen auf. Oh nein, das kann man ja gar nicht sehen. Das ist schade. Ähm. Der Verkehrshut hat viel Schönes, ne? Er kann sogar fliegen. Ähm. Okay. Nein. Wollen wir mal nicht rumalbern. Und wir brauchen eigentlich keinen Hut, oder? Brauchen wir einen Hut? Was ist das hier? Oh. Oh. Es gibt verschiedene Haare. Vielleicht soll ich mir ein paar andere Haare nehmen. Was ist mit denen? Oh. Wie kann ich meine Haare ausziehen? Ähm. Das sind quasi meine Haare nur in Regenbogenfarben. Wie kann ich meine Haare ausziehen? Muss ich jetzt runterscrollen, bis ich meine Haare finde? Das wäre sehr belastend. Wenn das tatsächlich so wäre. Finde ich die irgendwo? Haken dran. Bitte sehr. Irgendwo ein Haken dran. Ich stelle mich gut an in dem Spiel. Oh. Hier sind sie. Ich hab... Gefällt mir. Okay. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Das gefällt mir gut. Äh. Lass uns mal gucken, was es noch so gibt. Vielleicht sind die Pastellhaare... Obwohl die Pastellhaare sind vielleicht ein bisschen zu jugendlich. Ich meine, ich will ja ernst genommen werden, wenn ich ein Kind adoptiere. Die Pastellhaare sind schön. Versteh mich nicht falsch. Aber. Ich will ja seriös auftreten. Ich will ja, dass sie mir das Kind auch geben und nicht sagen, du bist offensichtlich 16, du tust nur so, als ob du erwachsen wärst. Du denkst dir, Baby ist alles die Sache. Nein. Ja. Verantwortungsvoll sind wir für seine Anführung. Verantwortungsvolle Verachse... Wir sind eine verantwortungsvolle Erwachsene mit Pixelhaaren. Oh yeah. Oder den Mohawk. Okay. Ne, ich hab grad gesagt, ich... Ich find's gut, dass ich gesagt hab, mir sind die Pastellhaaren zu crazy und dann geh ich für die Pixelhaaren. Ähm. Wie wär's denn mit der Maske? Äh. Wisst ihr was? Ich glaub, der Zopf am Anfang. Oh, was ist das hier für ein Zopf? Ne, der gefällt mir leider nicht so gut. Das sieht aus, als ob ich viel Stirn hätte. Viel zu viel Stirn. Hier? Ne, der sieht aus wie fünf. Vielleicht ist das Ziel des Spiels, mich irgendwie fünf aussehen zu lassen. Okay, wir nehmen den Pony, okay? Ich mag den Pony. Sehr gut. Ähm. Jetzt brauch ich keine Hörnchen. Was ist das? Hab ich jetzt einen Schwanz? Das ist crazy. Das ist crazy. Und ich hab das Gefühl... Ich fühl mich wie in einem Sims-Menü. Ich sag's euch. Oh, ähm. Ich hab einen Hamster. Oh, man kann ja nicht sehen. Der kann nicht atmen. Ich hab einen kleinen Pinguin. Ich hab den Hasen. Ich habe die Rettungsweste. Stay safe. Ähm. Vielleicht hab ich mir einen Schal übergezogen. Passt mir nicht so gut. Ja, ich bin okay. Ich bin okay. Ich brauch eine Brille? Bin ich ein Typ für eine Brille? Bin ich ein Typ für eine Bandana? Ne, bin ich nicht. Äh. Was ist das hier? Ach, das ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch. Äh. Ich hab auch eine gute Hautfarbe, find ich. Oh. Können wir... Können wir jetzt hier aus dem Menü raus? Wow! Sie sehen wunderschön aus. Danke. Dankeschön. Ähm. Was machen wir jetzt? Wo geht sie jetzt hin? Sie sind gerade zu Hause. Ja, okay. Sie können es anpassen, um es gemütlich zu machen. Oh, ja. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ich will natürlich, ähm... Ein gemütliches Haus für mein, äh... Für meinen kleinen... Bike, den ich adoptieren werde. Ähm. Ich mach mal den... Den Chat aus. Der... Der stört mich hier. Die Wände fand ich vielleicht ein bisschen, ähm... Offensiv. Beziehungsweise... Ich glaub, die Farbe hier hinten im... Oh, gucken wir uns mal das Kinderzimmer an. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Okay. Kleiner Schrank können wir auch nicht kaufen. Junge, Junge. Was können wir überhaupt kaufen? Oh, wir haben kein Geld mehr. Deswegen müssen wir alles kaufen. Ja gut, dann, äh... Wenig Möbel, die schön sind, sind besser als viele Möbel, die hässlich sind. Sagt man ja immer wieder. Dann bin ich fertig mit der Bearbeitung. Abschließend. Die Tür ist geschlossen. Achso. Abschließend. Ich dachte, ich beende die Etats. Okay, abschließen. Die Tür ist geschlossen. Alles klar. Wo kann ich den ganzen Kind adoptieren? Frag ich mich. Ich hab mein Haus bearbeitet. Aufschließen. Die Tür ist in der Regel. Jeder kann reinkommen. Äh. Im Rucksack ist nichts. Verlassen Sie das Haus. Anspruch. Auf 25 Dollars. Yay. Oh, ich bin so reich. Ich bin so reich. Sind Sie bereit, ein Baby zu adoptieren? Ja. Lassen Sie uns in den Kindergarten gehen. Also, ich hab zwar noch nie ein Baby adoptiert, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man nicht einfach in den Kindergarten geht und sich jetzt aussucht. Aber hey, was weiß ich schon. Was weiß ich schon, ha? Ähm. Warte, das ist nicht der Kindergarten. Oh, doch, das ist der Kindergarten. Das sind Mini-Kinder. Hi. Äh. Abholen. Klaue ich die jetzt einfach? Äh. Okay. Leute, ich hab ein Baby geklaut. Ey, das rennt weg. Belong Karl Löw. Du kannst doch nicht einfach wegrennen. Warte, ich muss das wieder zurückbringen? Oh nein, ich muss das Tunnel zu der Insel von Adoption bringen. Warte, hab ich jetzt, hab ich das Baby geklaut? Soll ich das wieder zurückbringen? Gibt's tatsächlich noch eine Adoptionsinsel? Und ich bin grad einfach in den Kindergarten und hab das weggenommen. Hier sind so viele kleine Kinder. Hi. Hi, Evelina. Oh, ich hab mal eine YouTuberin früher geguckt. Die hieß auch Evelina. Das ist der einzige Verbindungspunkt. Oh, nächste Halte-Dockme-Insel. Oh, ich will einsteigen. Lass mich einsteigen. Muss ich? Darf ich? Nein. Wo ist mein Baby? Oh, es fährt Fahrrad. Okay, wir gehen. Aber den Kindergarten. Ich hab, glaub ich, einfach das Kind mitgenommen. Ich glaub, das war nicht so nur ein Zweck der Sache. Älter-Altiromatic. Okay, hier sind die ganzen Kleinen. Willkommen im Kindergarten. Jetzt können sie jemanden adoptieren. Oder man kann sie adoptieren. Okay. Hallo zusammen. Ich möchte ein Baby adoptieren. Äh. Äh. Die hat sich jetzt einfach an mich drangehängt. Alles klar. Jero Will. Mein neues Baby. Easy Voice. So einfach hat man ein Baby. Äh. Elternhaus. Und. So. Tunnel zur Nachbarschaft. Was machen wir denn jetzt? Können wir da einsteigen? In die Adopt-Me-Insel? Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Habe ich das jetzt adoptiert? Ich bin nicht sicher. Hi, Captain. Oh. Seien Sie vorsichtig, wohin Sie gehen, während Sie aus dem High-Surf-Ballon aussteigen. Sie wären überrascht zu erfahren, wie viele Menschen fallen. Alles klar, Captain. Äh. Gut. Ich und mein frisch... Ich weiß nicht, habe ich es adoptiert? Fashion läuft uns auch noch hinterher. Ich glaube, Fashion und ich sind... Wir sind auch... Äh. Habe ich das jetzt adoptiert? Wie adoptiere ich denn hier? Ich habe das jetzt einfach mitgenommen. Ihr Baby ist schmutzig. Aber Clavina sent you a Trade-Request. Was kann ich denn traden? Akzeptieren! Was handeln wir? Ich habe einen Apfel gekriegt. Das ist aber nett. Wieso gibst du mir einen Apfel? Ich habe leider nichts, was ich dir geben kann. Wer ist denn Aquidina überhaupt? Dankeschön, schätze ich mal. Oh, wir fliegen los! Tschüssi. Tschüssi. Bam, 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 bam. Akzeptiert. Okay. Ähm. Wir haben jetzt einen Apfel. Danke. Hum, yum, yum. Sie wurden zu der Familie von Hemarcha 11111 von 9 eingeladen. Oh, äh, das ist, das ist der Dude, der hier sitzt. Akzeptieren! Das ist jetzt mein, äh, was? Was habe ich gemacht? Okay, ich glaube, das ist mir zu viel. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich der Verantwortung gewachsen bin. Ich kann nicht einfach, ich kann nicht einfach in eine Familie beitreten. Ultrasetz, seltenes Objekt. Wie komme ich denn da hoch? Kann ich fliegen? Oh nein, ich sollte vielleicht die Treppe benutzen. Wo sind meine Kinder? Okay, Familie. Sind das jetzt, habe ich jetzt hier meine Kinder drin? Wieso bin ich jetzt in der Familie? Das ist, wie ist das denn passiert? Leute, ich bin jetzt in der Großfamilie. Ich und mein Freund Aquilinia. Ah! Wait. Okay, auf auf den Heißdriftballon. Ich werde sterben, ich werde sterben, ich werde sterben, ich werde sterben. Hoppala. Hoppala. Äh. Okay. Äh, dann gehen wir mal weiter, oder? Hier ist ein Baby-Shop. Hänge gleich jetzt im Verkauf. Okay. Wir gehen jetzt wieder zur Nachbarschaft. Es war schön auf der Insel der Adoption, bis ich runtergefallen bin. Oh! Du bekommst das aus meiner Familie? Hi! Ich bin schon wieder in deine Familie eingeladen. Ich kann nicht. Kann ich ihre Familie beitreten? Du bist doch schon in meiner Familie. Äh. Wie kann ich denn... Wie kann ich denn... Ich bin mit... Ich lade sie ein. Go, go. Sie ist zwar schon in meiner Familie gewesen, aber jetzt ist doppelt Familie. Oh mein Gott, wir sind jetzt... Das ist mein Baby. Lilly! Lilly und ich. Wir sind... Freunde. Äh, nein. Ich meine, das ist... Ich bin ihre Mom. Ich glaube, das ist jetzt mein Baby. Okay? Ich hab's jetzt. Ich hab's jetzt geschnappt. Es ist in meiner Familie. Es steht Family dabei. Go! Sie sind hier. Ich bin zu Hause. Drop Baby. Bam! Easy, boys. So leicht hat meine Familie. Hab ich ein Bad? Hab ich eine Dusche? Ich kann selber duschen. Napul 2 ist ausgeruht. Wer ist Napul 2? Ich kenn nur Lilly. Äh. Hm. Oh, sie schläft. Jetzt ist sie wieder wach. Dusch... Duschst du? Kann... Hier. Äh. Auszahlen. Ich hab 20 Bugs verdient. Wie kann ich sie duschen? Duschen. Ich will nicht selber duschen. Ich will das Kind duschen. Nein. Wirklich? Ich dusche jetzt. Leute. Ich dusche gerade. Napul 2 ist sauber. Wieso denn Napul 2? Ich dachte, mein Kind heißt Lilly. Hast du mich... Oh, es ist Napul 2. Lass uns zum Spielplatz gehen. Äh. Kann ich irgendwie antworten? Go, go! Verlassen Sie Ihr Haus. Auf zum Spielplatz. Langweilig. Dö, 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 dö. Langweilig. Ihren Baby ist langweilig. Nehmen Sie es zum Spielplatz. Okay. Hier ist der Spielplatz. Äh. Ist das der Spielplatz? Nein. Es geht noch weiter. Um Spaß zu haben. Wir gehen zum Spielplatz. Um Spaß zu haben. Oh, das ist auf der Adoptionsinsel. Weirdes. Weirde. Weirde Welt. Oh. Wir müssen hier rüber. Da ist der Spielplatz. Ich fühle mich krank. Lass uns zum Krankenhaus gehen. Lilly. Du wolltest gerade noch zum Spielplatz. Wir wollten spielen. Ich dachte, er ist langweilig. Lilly. Schwing. Juhu. Ich fühle mich krank. Guck mal. Neben uns ist ein ähnliches Problem. Guck mal. Hast du nicht Spaß? Yay. Warte. Das ist nicht mein Baby. Das ist nicht mehr mein Baby. Napul 2. Hasse dich. Wo ist Napul 2? Da ist sie. Warum hast du sie? Okay. Warte. Fühlt sich mein Baby krank? Nein. Sie schaukelt. Juhu. So eine Freude. Warum hast du sie? Ich hau dir gleich eine rein. Ich meine, das darf man nicht. Ich wollte nur sagen, ich bin sehr protective. Warum hast du? Ich frag nicht. Ich frag nicht. Hashtag. Okay. So. Du bist krank. Du bist nicht mehr langweilig. Ich nehm dich mit. Äh. Abholen. Komm mit. Komm mit, Tiana. Drücken sie eher auf. Hey. Abholen. So. Ich hab sie. Wo ist das Krankenhaus? Äh. Durstig. Okay. Was ist wichtiger? Ihr Baby hat Durst. Ihr Baby ist krank. Wir gehen erst mal zum Krankenhaus. Wir schwimmen durch den See. Okay. Ne. Wir schwimmen nicht durch den See. Wir gehen über die Brücke. Bäm. Bäm. Bada. Okay. Das wird was. Äh. Ich meine, im Krankenhaus kriegt es technisch gesehen noch was zu trinken. Habe ich recht? Durstig ist hinter uns gewesen. Wir wären wahrscheinlich näher dran, als durstig gewesen. Egal. Egal. Wir gehen jetzt erstmal ins Krankenhaus. Ist ja anstrengend hier. Ich hab gedacht, wir adoptieren das Baby und gut ist, ne? Aber nein. Da kommt ja richtig Arbeit auf einen zu. Äh. Hi. Napoli hat keinen Durst mehr. Oh. So hast du keinen Durst mehr? Wie? Ich weiß nicht, was ich gemacht hab. Aber. Äh. Was? Okay. Leute. Krankenschwester. Hi. Willkommen im Krankenhaus. Krankenzimmer sind links. Arzt. Äh. Ich glaub, Herzarzt brauchen wir noch nicht. Danke. Äh. Krankenzimmer. Hier. Du bist, du bist krank. Kleine. Wie kann ich dich gesund machen? Hier ist ein Krankenzimmer. Hier. Ah. Nein. Das wollte ich nicht. Ah. Was passiert? Ich hab sie erfolgreich draufgesetzt. Ich nehm den geheilenden Apfel. Äh. Okay. Ich will den nicht selber essen. Hab ich ihn jetzt selber gegessen? Hallo? Stopp. Stopp. Du klappst mein Baby. Die klappt mein Baby. Hallo? Okay. Wir haben unser Baby im Krankenhaus verloren. Ich glaube, damit beende ich die Folge. Oh, es ist wieder da. Okay. Ähm. Gut. Wir waren jetzt im Krankenhaus. Es geht dir gut. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ähm. Falls euch die Folge Roblox gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch. Da schreibt mir gerne, falls ihr eins von den anderen Minispielen noch sehen möchtet. Dann kann ich nämlich mal gucken, was es noch so gibt und, äh, was wir noch so spielen könnten. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal. Äh. Falls ihr mehr spächtet. Ihr wisst, wo ihr hingehen müsst. Äh. Link in der Beschreibung. Ansonsten macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.